Nächste war in Massenproduktion hier, ey. Ab nochmal. Hab ich nachher auch, ne. Ein paar rennende Pfeile hab ich schon. Hält nachher nur noch einen Bogen. Okay. Ja, ein Bogen, ein Bogen. Also, ja. Macht einfach irgendeinen Billigenbogen dabei. Oder was heißt da überhaupt billiger Bogen? Wir haben eh noch ein paar Bahnen und so, oder? Ja, aber wir müssen... Aufs Chopper kannst du auch. Lassen wir uns aber trotzdem mit der Loom-Sender mit mir. Wir haben das Auge wieder beschweren können. Ja, aber wir haben ja die Spitzhacke da. Das heisst wir können... Achso, na, da brauchen wir so ein Altar, oder? Genau. Ah, ok. Wollen wir mal? Das ist normale Nacht, schau wie ruhig's da ist. Aber Lootmond war da alles voll munter. Ja. Okay, wenn ich noch... Warte. Das ist eine stille Nacht. Oh, 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 schau mal. Ey, warte, 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 warte! So. Oh man, mir hätte noch zwei Sterne gefehlt. So. So, äh, Familie. Dann hätte ich fünf. Badass! Egal, ich hab's versteckt. So. Ja, so ab zehn Sterne kann man sich das erst machen, oder was? Ja. Achso, ich... Ja, guck mal den Augenblick da vorne. Vielleicht finden wir noch andere. Da oben ist er in dem Fall noch vorne. Mir fehlen noch vier. Was war mit dem jetzt? Ja. Da ist... Ja. Da ist... Geh, logisch. Einen sinkt's aber gleich gesagt. Oh nein, ich geh ja im Augenblick noch. Stinkloss und den Fall drauf, oder? Äh. Das ist mein Double Charm. Ich brauch Double Charm. Nein. Es ist viel schöner, die Welt mit Double Charm. Kannst du auch glauben. Was den man eigentlich schon machen kann. Ist das eine Werkbank, oder wie? Ne. Ich erinnere mich jetzt tatsächlich der Fall wieder mit. Komm schon. Sterne, wo seid ihr? Sterne. Der hat einen? Okay, nein. Der singe jetzt nicht. Ne, nein. Oh. Den Nage einmal angriffen, das war tot. Oh, ich hab das Frage viermal angriffen, das war tot. Oh. Ja, das hast du ja schon geschwächt gehabt. Schütze ich jetzt einfach mal. So dass ich sie nicht zu schnell töten kann. Aber ich brauch auch noch Double Charm. Könnte irgendwie so besser ausweichen. Ah, noch ein Stern. So. Und noch zwei Sterne. Das heisst, jetzt hab ich zehn Sterne, oder? Laut meinen ausgefluten Berechnungen. Hab ich zehn Sterne! Und wo macht man sich das? Ah, da. Hörst du, Unnötiger? Ja. Jawoll. Was bringt sich überhaupt mit dem Ana? Ja, für ein paar Waffen. Achso. Na super. Das heisst, jetzt schaut es einfach nur schön aus, oder was? Äh, ja. Hallo? Mach, schau mal ob der Pfeil bei dir ankommt. Nix, oder? Nein. Danke. Aber ich hab schon wieder keine Heilträger mit. Jetzt hab ich jetzt aus dem Dings verstaut. Warum verstaust du Heilträger? Frag mich mal was leichteres. Jetzt hab ich auch nicht mehr so viel, nur noch H8. Aber ich kann doch eh wieder die Hüfte geben. Ich bin... ...so widerstehendig, ja. Spendabel heisst es. Glaub ich. Ja, wie immer, nach dem Fall vorbei. Wir brauchen... Leben. Ja, genau. Und ein paar Materialien brauche ich noch. Für einen Bogen. Warum schnittst du nicht einen aus dem Butterboden? Schon das sind rissige Bäume. Na klar, ich hab wieder was mit. Lolz. Ich geh schonmal ein bissel vorher. Ich werde jetzt gleich aufgehalten, werde rumheulen und dann werde ich nach dir verlangen. Nein, du gehst mir jetzt nicht am Rorsch. Ich ignoriere dich nämlich. Ah. Ich geh dann, äh... Weißt du, bei der Höhle spalten sich ja dann die Wege mittendrin. Ich geh dann in den rechten Weg, ok? Also ich bin in den rechten Weg gegangen. Ja. Na, bist nicht. Verfü- Ahem. ja mein mikro hat sich auf einmal gemütet und ich habe nicht mehr checkt das leute hat euch ich muss jetzt etwas sagen also hat euch die musik vorgefallen vom zeitraffer ja jetzt dürfte sie noch mal ab jetzt so noch mal du ich denen das nicht an ich bin zu weit runter gefallen sagt und das mit doppelsprung wie peinlich kann passieren manchmal mit vollem leben ist meine helltrinke mitgenommen? ja natürlich habe ich daran gedacht, das war das erste woran ich gedacht habe, nachdem ich gestorben wäre ich nehme 18 helltrinke weg da ja Wow. Das war's für heute. Da bist du schon weiter von der Höhle, da geht's rein jetzt in die Höhle, da bist du am Eingang vorbei, willst du nicht rein oder was? Da drauf Ich sage dann, wenn man sich die nächste Gelegenheit gibt, muss ich dann aufhören, dass wir so lange wieder, ja Ich muss auch eins krank machen, uhr früh Also schauen wir halt noch, wie weit die Höhle geht und dann, wenn wir sterben, was ich jetzt schon weiß, dann, naja mal auf, ok? Jo F*** der Scheisse, Ryan Hast du jetzt überhaupt keinen Heiltrank? Nein Bitte, weiter glücklich Das wird was, jetzt müssen wir aufpassen, ich habe in Zeitraffer übrigens noch jemanden Mhm Ja, sowas macht Spaß mit VK, hört zurück an Mark Danke Bravo Jetzt stehe ich schon wieder aufhören und runterfallen Aaaaah 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 Okay, gut, dann hab ich's richtig. Gut. Da waren wir überall schon. Achso. Ist das da, wo es da rechts runter geht, oder? Genau. Hi. Diesmal hab ich noch keine Shine Potion, aber wir wissen ja schon was kommt. So, da können wir kurz Luft holen. Und dann links. Da, da, da. Schaffst du das? Mhm. Ah ja. Alles gut. Warte, machen wir jetzt wieder. Gehen wir weiter? Mhm. Okay. Yo, Leute, wir sind back, yo. Ja. Ja. Ja, fast. Falls du es bemerkt hast, Leute. Vier Leben hatte ich vorher nur noch fast. Wegen der Kackpiene mal. Äh. Ah, ich denk die. Na, schau, genau, da kommen ihre Brüder. Big Stinger heißen die. Ja, Big Stinger, ja. Ja, und ich nehme das. Ja, ich nehme das. Von mir zu mir in die Nachhinein. So einen kleinen Bogen bauen kann. Dann werden das Wartenversuch vermageln. Ja, er braucht es sauber und da kann man immer mehr fliegen. Das sieht doch super. Au. Weil die da durchschießen kann ich auch durchschießen, oder? Ja. Ich schlug das hier auf Old Rotter. Hm. So, dann haben wir die erste Hier. Oh, wir sind wahrscheinlich erst gestorben. Ja, Fresh Pea. Haha, von einem Stinker. So. Oh du fuck Bomben, wo seids hier? So, ab geht die Post Na ja Dann hat man den besten Treffer, das war nicht so versuch Yeah Schon besser Was jetzt? Er schleißt sich, wie hab ich ihn vorgeschossen So Oh mein Gott 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 Da unten ist ein Herzcontainer Okay Dann holen wir da später Oh mein Gott Man Leute, wir hören für heute für die Session auf Ja Ja, das ist eine gute Idee Und bevor ich mal jetzt ganz aufhören Dann haben wir da gleich noch einen Bogen Ich werde dafür das erste Mal erreichen So, das war ja immer wieder schön Und nächstes Mal werden wir die Folge anfangen Wären wir wahrscheinlich schon in der Höhle sein Wollte ich auch sagen So Na Na Falls man da überhaupt nochmal rein kann Aber egal Äh, ja Okay, passt dann Danke fürs Zuschauen Und ich Jo, danke Ich verabschiede mich Ciao Ich auch, tschüss Äh